Energie geladenen guten Tag Noch 8 Sekunden bis zum Start Dann kauf ich mir ne AWP Denn dann geht's los mit TTT Dass ich einfach mal in OBS ne Aufnahme starte ohne zu streamen Hallo Steckdose Wir sind zwei verschiedenen Tasten Bei mir auch, aber ich bin TTT Ich war noch nie gut in Mathe Toll, danke Nur wegen deiner schlechten Noten wurde ich jetzt getötet Ja, damit hast du nicht gerechnet Oh Yes Da muss Steckdose das ja machen Oh, hast du gerade wirklich geschossen oder hast du nur gefaked? Guck mal diese Kinder aus Gosti So wie Fotoschaffen So wie Fotoschaffen So wie Fotoschaffen Wenn ich das vollhören will, dann willst du es gar nicht machen Riding in a bender Noch besser, aber jetzt auch einmal schießen Nein Ne, 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 ne Ah, ja, nö, nö, nö Fuck Das sind schon die Dinger, das könnte das totales Schuss Ich hab' dann schon mal gesagt Ich hab' dann schon mal gesagt Das ist einfach mal gesagt Game Mastery ist verdächtig Ich hab' nur ne Mac Ten in der Hand Du bist trotzdem verdächtig Oh ne, Ben Ten Wohi, warum bin ich auf einmal so schnell? Wohi, warum bin ich auf einmal so schnell? Wohi, warum bin ich auf einmal so schnell? Der Detective Stupido Wir sind im Arsch Ah, 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 ah Wir können die Runde schon behalten Nice Ähm, Game Mastery hat sich gerade ins Verderben gestürzt Game Mastery hat sich gerade ins Verderben gestürzt Game Mastery hat sich gerade ins Verderben gestürzt Was hat er gemacht? Ja, er ist einfach vom Dach gesprungen Ja, geil Kiss, Alter, richtig Premium Aber er hat auch nen guten Grund gehabt Ja Lauf dem Dinger Ey, wie lange ist dieser Ghosty läuft die ganze Zeit hinter mir her Hab' ich ja gesagt, dass sie das macht Der ist ja der Geist, der dich verfolgt Ich glaub' ich muss gleich nen Warnschuss abgeben Und ich schau mal Ich fian' schon wieder zu Okay Warum verschuld ihr mich dieses Ding? Du bist in der Tat Licht erwischt Los, ich schau mal Ah tu, okay Das lass ich mir nicht bieten Schau mal Was willst du tun? Oh, 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 oh Okay, warum? Ich trau mich nicht Ich hätte es ja fast geheil machen Wie, wie springt man noch mal höher? Das frag ich ungefähr jede Session Aber wie springe ich noch mal höher? Hä? Ich muss also hier runtergehen bei der tatsche drücken bestimmt alte vier mit steuerung Ja doch, ich schon. Nicht nicht. Ich glaub's jetzt hinterher. Ich bin... Ich bin jetzt der Tier. Scheiße, ich hab ihn verloren. Nein, der Tier ist so... Das Klo ist der Rand voll mit... mit gelben... Was? Mit gelbem Rüben. Lala, bist du nicht getroffen? Kann man da auch wo eigentlich? Aber da gibt's doch keine Ahnung. Hm... Achso, ich dachte, du wärst das in der Räuse. Nein, läuft! Oh, ich dachte, du hast mich verloren. Nein... Scheiße, hab ne Nase! Nein! Nein, hinter mir, hinter mir, hinter mir! Schlecht du selbst! Ey, kann man dagegen sprain? Fuck, ey, als ob du das alles kennst. Hey, wow, 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 wow! Ich hab dich doch mal getroffen, oder? Ja, hast du nicht. Erstmal avoid. Ich schieß voll daneben und da spritzt überall Blut. Im Haus ne Leiche. Welches Haus? Welche Leiche? Ruf mal den Detail, mein Freund der Sonne. Ich sag mal so, wenn Pony nochmal... Suspekt wird, dann könnt ihr ihn töten, denk ich, weil der hat... ich glaub, das war ein Mordversuch. Ja, ich glaub, das war... Also wenn ich einen Mordversuch machen würde, dann hätte ich dich... Dann würdest du jetzt grad nicht im Tradershop gewesen sein. Ja, natürlich angeblich angeblich angeblich... Wie, äh... Ja, warst du, warst du! Wie legit ist diese Aussage? Du hast mich so was von grad eben versucht zu töten, was... Ja, schreit mir doch echt. Sehen. Ich hab ihn getötet bei The Way Ever Trader. Identifizieren jetzt. Ah, Hilfe tot! Ah, seht ihr? Interesse. Ich war da so gestreckt, oder? Weil ich mir ganz mal gesagt hab. Ich hab schon gesehen, aber ich wundere mich grad, warum... Zockerfreak gestorben ist. Oh, au, 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 au! Ah, ah! Geh weg! Ja, warte was, was fragst du dich? Kann's eventuell sein, dass du, äh... Zockerfreak umgebracht hast. Ich hab das... Ich hab das... Boah! Moment! What the fuck! Ähm... Ja... Ja... Skyraper hört sich schon immer gut an. Skyraper heißt? Skyraper? Der Turm wird gefährlich, das merk ich! erste ergebnis hatte krasser witz neuer song was ich gesucht hatte der leiste musik video 83 30 ist voll okay die wertung also inzwischen werden alle muss halt auch einfach leider sagen ich muss halt leider einfach sagen bis lied ist vom bieter einfach nicht schlecht aber ich muss halt wirklich scheiße sagen dass das lied von da ging es heißt ohrwurm ist von da geht es ist scheiße aber der ohrwurm ist so hart für mich wurde gerade abgeballert und ich brenne ich brenne also heute habe ich die gemein geschaut und da war in einer folge so ein digimon das gebrannt hat und sagt auch so ich brenne geschrien ich dachte mir wenn ich glaube ich habe nichts gemacht ich habe vorher ins feuer okay aber du hast mich vorher auf jeden fall versucht zu töten oder was ich was das feuer probiert daneben geschossen und plötzlich habe ich die glaube ich irgendwie trotzdem ein bisschen geil aus dann war es keine wieso ich weiß ich saß da unten in dieser ecke drin und er schießt aber mit der pump shotgun upsala kann ja mal passieren ich weiß nicht wie man da hochkommt leider also ganz oben auf den berg einfach bitte sagen ja nicht dass ich einfach warte fuck mir gef... ich habe mir diskenade gehalten ich glaube mich ist ein bisschen weit geflogen er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch ja, er lebt noch ein glück ich habe auch hälfte neben verloren ich wollte dir direkt... oh 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 Gott was geht ab? ha, hey, steckdose hey, gibts den normalen Weg, ich bin hier hochgeklettert ich dachte hier gibts keinen normalen Weg hä, wie bist du da... ich bin auf die kiste dann hoch rolloffel die x was das Zeuggerfink da für ein neues Profilbild oh shit ein geiles Neu nein, ich schaffte der Sprung nicht Junge oh Gott, hey lol, das hatte ich gerade vollgebackt ja, ich hab dich hier angeschubst ahhh, ach Gott das Lava was hast du gebackt? ich glaube ich geh jetzt hier wieder runter das ist glaube ich auch besser so bevor mich Zockerfink jetzt verfolgt mich hier, ich gucke wo ist Lava Digga, du bist... du bist Detektiv, wieso sollte ich das als innocent machen? weil du Traitor bist Traitor? Traitor Traitor aber das ist doch völlig unmöglich hat doch gerade gesagt, der wird ja nicht lügen ne, das... also da vertraue ich ihm auch 100% auf jeden Fall ne, Lügen in diesem Spiel ist schon ehrenlos und Lügen darf man nichts sagen da lügt er da oder und ne Disco und ne Disco ähm... boah er ist gestorben er Detektiv er ist gefallen hey Marvin hab ihn ach fuck du ist doch gestorben shit mit und ne escopern ja, aber nicht für dich nö Ich wollte der Cut K-Y-S schreiben, Polny. Du warst wohl Traitor, weißt du, schreibt der mich, schreibt der mich einfach mal privat an und schreibt mir, er wäre innocent gewesen, ey. Ich habe mich nicht verdächtig gefühlt. Ja, ich wollte eigentlich anderen als Polny wieder beleben, aber es ging irgendwie nicht. Alter, ist dieser Ton laut. Hilfe. Ich würde es gerne mal was anderes werden als Detective, wenn es geht. Ja, ich habe, glaube ich, muss schauen, ich glaube, ich habe Detective angestellt, glaube ich. Ich habe Detective auch angestellt, du kannst trotzdem ausprobieren. Ich habe Detective ausgestellt. Nee, ich mache gerade Einstellungen, please not killing me, no. Zocker-Frigus-Traitor, Zocker-Frigus-Traitor, der ist im Traitor-Shop. Okay, nee, aber euch-Beating habe ich aus. Ja, stimmt, Verbrauchus-Traitor-Shop, alles Gott, nein. Dann kann man die Luke nicht aufgeben. Nein, ich will da gar nicht drauf gehen. Oh Gott, Hilfe. Äh, Steuerung. Ähm, ähm, wie nehme ich Sachen auf? Waffe wegschmeiß mit Kuh. Wie nehme ich Sachen auf? Trüber rein, ne? Indem du die andere Waffe wegsetzt. Ja, ja, okay. Und scrollen ist auswählen. Ja, 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 ich versuche nämlich die ganze Zeit mit F wie bei PUBG. Und der Maus kann sich umschauen. Ah, ein Schüsse. Ja, ach. Alter, voll die Pro-Tipps. Oh mein Gott, ich selber was. Mit Leertaste machst du Jump. Nee, flammt, nein. Oh mein Gott. Ich wollte dich dann immer Jump. Ah, was? Irgendwie ging doch, irgendwie ging doch der hohe Sprung. Wie war das? Tucken und Springen, oder? Ja. Ja. Hm, wie Tucken geht's mit Druck? Oh, Sprung vorhin gemeint war. Nein! Oh! Crusher, Crusher bei mir, Crusher. Ziel da auf mich, wenn ich gleich tot bin, ist es Crusher. Ich glaube, Miju killt mich hier noch. Wow! Ich wollte nur vor, dass... Nein! Nein, geht vor! Ich kriege den runter. Alter, Alter, was? Wie tief denn noch? Ey, das kann ja nicht wahr sein. Ich kann dich nicht wegschlagen. So, jetzt geht's wieder hoch. Oh mein Gott. Ich zeige, die Steine alle grau. Ich kann mich nicht zurecht finden. Kann ich nicht bunt sein? Dieses Smarties oder die Zähne von 6-9? Kann ich ihn nicht mehr... Oh Gott! Hör auf, dir runterzufallen. Geil! Was habe ich denn jetzt Nices gemacht hier? Nein! Das ist immer zu bitte runterfällt und dann zwei... zwei Block hohen Block... Block... Ja. Ah, ja. Warum habt ihr das? Mehr kennen die nicht. Ja. Ey, 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 ey! Das ist ja Mai, du die Theorie. Ding, nennst du noch mal? Ach, du! Da oben ist schon jemand? Mhh... Oh Gott! Nein! Was? Au! 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 Nein! Ich werde sterben! Was? Ich werde sterben! Au! Was? Ja, ich auch! Unglaublich! Also du sagst, da hat wer riesige Bombe neigschmast... Oh Gott, ich habe nur noch 50 gelesen! Junge, wer war das? Ist das schon wieder Crusher? Ja, Crusher schon wieder! Wer wirft hier die ganze Zeit mit Disco-Konsten rum? Disco-Pogo? Darf nicht laufen! Jetzt muss ich wieder von der anderen Seite anfangen! Nachhaltig fallen runter! Äh... El... Boliberto ist tot! Vor 40 Sekunden! Vor 40 Sekunden, ne? Durch Explosion! Das war mit ne lange Minute! Keine Ahnung, überall immer sind was! Komm mal da runter! Das ist lang! Nein! Au! Was war das? Nooo! Nee, ich war... Hier ist noch so hinter mir! Aaaaah! Warte! Ich persönlich frag nicht an der Stelle! Hey, Crusher! Crusher? Woah, Gott! Äh... Okay! Ah, Fax!